Ab dem 1. Mai 2015 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Münster. Das Objekt wurde 1963 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Einbauküche und einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 32 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 395 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.